Hi Leute und willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Rada und es freut mich, dass ihr wieder dabei seid. In dem heutigen Video geht es rund um die Süddeutsche, um die Meisterschaft. Es ist jetzt etwas länger als eine Woche her, dass die Meisterschaft stattgefunden hat und ich wollte mal so ein kleines Summary-Video darüber machen und ich mache das jetzt erst, weil ich wirklich erstmal ein bisschen Zeit für mich gebraucht habe und ein bisschen Abstand von dem Ganzen haben wollte. Es fing damit an, dass es mir schon am Morgen, wo wir loswollten, nicht ganz so gut ging und ich habe mich etwas geschwächelt gefühlt. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Vlog nehme ich euch wieder mit auf meinen zweiten Wettkampf und zwar die Süddeutsche in Bayern. Und ja, es ist jetzt glaube ich halb fünf gleich und ich werde jetzt erstmal Koffer packen. Diesmal nehmen wir einen etwas größeren Koffer mit, weil wir nicht mit dem Auto fahren, sondern mit der Bahn. Da bringt uns meine Mom nachher dann auch hin. Und genau eine Farbschicht haben wir gestern Abend schon gemacht. Dann habe ich geschlafen, eben schon abgeduscht, Haare gewaschen. Und dann mache ich mich mal fertig. So sieht die Situation gerade aus. Ich habe eigentlich so gut wie alles da schon reinbekommen. Und dann fehlt nur noch ein bisschen Essen und Bettzeug. Das müssen wir gleich noch abziehen und da reinlegen. Und dann sind die Sachen auch schon fertig gepackt. Und dieser Fisch kommt dann mit auf den Weg. Und dann habe ich vielleicht noch Kekse gemacht. Auch für den Weg, damit er auch ein bisschen was zu knabbern hat. So, und bei mir gibt es jetzt erstmal mein Frühstück. Eiklar. Und ich noch Weißwaffeln und Aprikosen. Und Kaffee. Den habe ich gerade in der Küche vergessen. Ein bisschen. Ganz klein, weil jetzt werde ich schon sehr wenig trinken heute den Tag. Und ich dachte, ich nutze mal die Situation nur zu erzählen, dass ich ein bisschen angeschlagen bin, wie man vielleicht hören kann. Bei uns auf der Arbeit sind alle krank geworden. Und ja, mich hat es auch so ein bisschen erwischt. Und das war natürlich nicht so schön, das Timing. Aber ich kenne für mich dadurch. Und das wird man nicht im Weg stellen. Also es geht mir jetzt nicht so, so schlecht. Das ist halt so eine leichte Erkältung, würde ich sagen. Nein, ich habe kein Corona. Und ja, deswegen nicht im besten Zustand. Aber wir machen das Beste draus. Das wird Bananen. Ich weiß nicht, ob man mich versteht. Aber wir sind jetzt im Hauptbahnhof. Und der nächste Zug, der kommt, ist unser. Und 37 Uhr geht es los. Und ich glaube, wir sind so gegen 14 Uhr da. Und dann müssen wir nochmal irgendwie mit dem Bus oder mit dem Taxi ins Hotel fahren. Aber das ist dann nicht mehr so weit. Und dieses Mal sind wir ja mit dem ICE gefahren, weil es eine sehr lange Fahrt war. Ich glaube, um die sieben Stunden ungefähr. Und wir dachten, es ist dann einfach ein bisschen entspannter. Keiner muss Auto fahren. Und wir können dann vielleicht im ICE ein bisschen schlafen. Also sind wir frühmorgens dann eben losgefahren und sind dann am Nachmittag in Gersthofen angekommen. Sind dann mit dem Taxi ins Hotel gefahren und konnten dann den Abend entspannen. Im Hotel angekommen. Es war ein richtig schönes Hotel. Ich bin jetzt mal. Hallo! Hey, hey! Hier geht's. Oop! Ooooo! Was ist so gut? Wir sind jetzt im Hotel angekommen, wie man ja eben gesehen hat und wir befinden uns in Gersthofen, das ist in Augsburg. Wir sind ja mit dem Zug gefahren, sieben Stunden ungefähr war anders, das war sehr anstrengend, das war wirklich sehr unbequem und wir haben versucht zu schlafen. Ich konnte ja ab und zu teilweise ganz gut schlafen, wir haben uns auf dem iPad auch eine Serie runtergeladen und konnten die ein bisschen gucken, aber es war sehr anstrengend irgendwie und wir haben uns unsere Pos bunt gesessen und dann sind wir halt vom Hauptbahnhof nochmal mit dem Taxi ins Hotel gefahren, das ist wie lange sind wir gefahren, 15 Minuten oder so. Also das ging auch. Und jetzt gibt es endlich Mittagessen und zwar Fisch aus meiner Tüte. Diesmal haben wir im Hotel keinen Kühlschrank, aber das ist okay, weil morgen checken wir ja eh aus und deswegen gibt es nur noch Fisch für heute und das war es. Und Reiswaffeln. Das ist richtig lecker. Ich glaube, ich brauche gleich aber mal jetzt weiterhin zum Essen. Das ist heute auch nix. Das ist heute auch nix. öfter wir haben beide eben noch mal einen mittagsschlaf gemacht richtig fertig waren aber das hat richtig richtig gut und jetzt krieg ich meine zweite schicht habe drauf guten morgen es ist der nächste tag und wie man sieht habe ich mich schon ganz gut ready gemacht wir haben die letzte farbschicht schon aufgetragen ich hab mich geschminkt und jetzt muss ich gleich noch haare machen und dann werden wir schon den bikini anziehen mit bikini bald bisschen festkleben und ab 37 also ungefähr einer stunde können wir dann zum frühstück runter und dann fahren wir auch schon in die halle ab 38 ist dann einlass für atleten und betreuer und da werden dann einmal die tats durchgeführt beziehungsweise halt kontrolliert ob man geimpft ist oder genesen oder was auch immer und dann haben wir da noch ganz schön viel zeit weil um 12.30 geht es erst los mit der anrede und so weiter und dann bin ich dran um Vielen Dank. Und ich hatte natürlich extra Wünsche und für mich wurde 5 Ei klar zubereitet, aber mega mega lieb, dass die das hier machen. Ich möchte das essen. Und das. Und das. Und das. Wir waren eben beim Frühstück und für mich gab es 5 Ei klar. Mega nett, dass die das gemacht haben. Und Kaffee. Und Leif hat ganz normal gefrühstückt. Und jetzt haben wir uns ein Taxi gerufen und dann geht es gleich in die Halle. So, wir sind, wie man sieht, schon am Baten und am Liegen und am Chillen. Und wie man sieht, ist hier Maskenpflicht überall leider. Das ist ein bisschen nervig, aber was soll man machen? Genau, meine Nummer habe ich schon bekommen. Registriert sind wir. Und ich bin ja auch als allererstes dran. Also um 12.30 Uhr geht es los. Dann gibt es eine kleine Ansprache. Und dann bin ich direkt dran bei GIKI 1. Und jetzt ist es 11. Kurz nach 11. Das heißt, ein bisschen noch müssen wir warten. Es ging da irgendwie super schnell los. Also die haben dann alle wieder aufgescheucht und meinten BIKINI 1 und BIKINI 2 schon fertig machen. Und wir so, oh mein Gott. Und dann war das wieder eine totale hektische Atmosphäre und wir mussten uns voll beeilen. Aber ja, ich glaube, wir waren 21 Mädels. Und ich wurde diesmal noch viel kleiner gemessen als eigentlich. Ich wurde 1.59, irgendwas gemessen. Also so klein wurde ich noch nie gemessen. Aber naja, ändert nichts an meiner Klasse. Und dann ging es auf die Bühne. Ich starte Nummer 14. Ein Hinweis noch an das Kampfgericht. Es müssen nur die 5 Athletinnen angekreuzt werden, die nicht in den Top 15 sind. Also eine klassische Outwertung. Vielen Dank, dass ihr seid nachsicht. Vielen Dank, dass ihr seid. Und dann bin ich auch eine Runde weitergekommen in die Top 15. Dann ging es nochmal auf die Bühne. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Aber das Starterfeld war extrem stark und also gar keine Frage, alles berechtigt und wir wissen ja auch woran wir arbeiten müssen. Aber ich war trotzdem sehr traurig gestimmt dann und habe dann auch nichts mehr gefilmt. Also gar nicht mehr. Absolut nichts mehr gefilmt, nicht mal mehr auf Instagram gemeldet oder irgendwas. Ich glaube erst am nächsten Tag. Aber ich wollte einfach irgendwie Abstand von dem allen nehmen und ja, dann haben wir uns den Wettkampf einfach noch ein bisschen angeguckt. Ein, zwei Stunden glaube ich und dann mussten wir auch schon wieder los zum Hauptbahnhof, um dann den Zug wieder zurück nach Hamburg zu bekommen. Und dann sind wir nachts, kurz nach eins oder so oder kurz vor zwei wieder zu Hause angekommen und mussten beide am nächsten Tag arbeiten. Ja, bin natürlich nicht so glücklich, wie der Wettkampf jetzt so ausgegangen ist, aber so ist es nun mal. Und jetzt bin ich two weeks out für die hessische Meisterschaft am 20. November. Und ich bin auch schon für die deutsche angemeldet am 27. November und das ist dann auch der allerletzte Wettkampf und dann ist die Saison vorbei. Und jetzt heißt es einfach noch drei Wochen durchziehen und dann ist die Saison endlich geschafft. Dann ist die Diät vorbei und ihr glaubt nicht, wie sehr ich mich darüber freue. Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Also ich freue mich auch schon sehr, das Video nach den Wettkämpfen zu machen. Das wird ein längeres Video als Fazit zu den ganzen Wettkämpfen und ich habe euch so viel zu sagen. Wirklich so, so viel. Und ich freue mich auf jetzt die kommende Zeit. Die wird zwar noch sehr, sehr anstrengend nochmal, aber ja, durchziehen. Ach ja, auf jeden Fall war ich zurück oder waren wir zurück und mir ging es sehr viel schlechter. Also gesundheitlich. Ich habe dann zwei Tage später auf einmal meinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren und sehe da, hatte Corona oder habe Corona, hatte Corona. Auf jeden Fall befinde ich mich jetzt noch in Quarantäne bis zum 14. und verpasse dadurch die NRW-Meisterschaft, wofür ich mich auch angemeldet hatte. Den Wettkampf wollte ich halt auch nochmal mitnehmen. Ja, der fällt jetzt leider flach, weil ich in Quarantäne bin. Aber ich sehe es als Zeichen, meinem Körper ein bisschen Regeneration zu geben, ein bisschen Ruhe zu geben. Und vielleicht soll es einfach nicht sein. Und ich habe ja noch zwei Wettkämpfe vor mir. Und dann langt das auch erstmal, würde ich sagen. Ja, mir geht es jetzt auch schon viel besser mittlerweile. Ich weiß nicht, ob man es an der Stimme noch ein bisschen hört, aber ja, mir geht es im Grunde ganz gut. Es war einfach wie so eine Erkältung plus dann der Tag, an dem ich meinen Geschmacks- und Geruchssinn verloren habe. Das war natürlich mega ärtzend, wobei für die Diät eigentlich ganz geil. Aber es ist wirklich komisch, dass man... Es ist so ein komisches Gefühl, wenn man nichts schmeckt und nichts riecht. Und ja, ganz eigenartig. Ja, auf jeden Fall freue ich mich auf die nächste Zeit. Und freue mich, wenn ihr meinen Weg bis dahin mit begleitet. Ich hoffe, dieses, ja, mehr oder weniger random kleine durcheinander gebrachte Video über die Süddeutsche hat euch gefallen. Und wenn ja, dann lasst bitte ein Like da, kommentiert, fragt, äußert gerne Wünsche, irgendwas. Ich freue mich sehr, sehr, sehr über euren Support und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Ciao! Bis zum nächsten Mal.